Du musst dein Leben auch mal leben hier. So, Yoruf Apollo. Zwei, da machen wir N da raus. Bringt man die Ingels jetzt da raus? Äh, die gehen unten in die Truhe rein. Die sind nicht da drin. Warte mal, dann ist irgendwas falsch hinten angeschlossen. Die sind noch da drin. Warte mal. Wo sind die Ingels drin? In der Smell, Tobi? Ja, dann ist da was falsch. Moment. Oh, komm, ey. Ich hab doch da ein Servo drauf gemacht. Bin ich dumm? Ich hatte doch ein Servo auf den einen Chesting drauf gemacht. Hm, hab ich jetzt die Servos? Unten. Äh, wo ist das? Da ist es. Ab. Mal wieder. Servo, Servo, Servo. Wo sind denn jetzt die Servos? Da ist er. Ein Servo. Ich hab das da vorher so gemacht. Installed hier, already a Servo. Will der mich verarschen? Hey, warum geht das da nicht? So eine Whetstone Torch da so? Da ist so ein Servo. Jetzt müsste es gehen. Hey, was hast du jetzt gemacht? Ja, Red Sun Signal Ignored. Ach so. Das ist auf High gemacht. Muss auf Ignored machen. Na ja. Na, jetzt geht es aber. Auf jeden Fall. Jetzt macht er es automatisch. So weit, Mr. Kaser. Ah, jetzt hat er es gemacht. Und acht Barren. Klack, drinnen fertig. Eins muss nur kommen. Ja. Drüben kommt jetzt auch wieder ein Magnesiumbarren. Wenn das so weiter machst. Hier, die darfst du nicht auffüllen, ne? Warum? Da dürfen nur 16 Eimer drin sein. Da sind regulär 10 drinnen. Jetzt kannst du abbauen und 16 reintun. Die dürfen nicht voll sein. Baue sie einfach ab. Äh, mit der leeren Hand und sneaken. Ja. Da sind, wenn der ab, wenn der, äh, du musst 16 zu 24 machen. So. Äh, und wenn du das hast, äh, macht der nun, hat er noch 10 Eimer drinnen. Also 10 Wassereimer. Die hat er immer nach dem fertigen Durchgang. Da musst du 6 Eimer Wasser wieder drüber kippen und 24, äh, Quick Climb. Sonst geht das nicht. Äh, wo war ich den Gebiet? Oh, sehr. Von da auf Coal noch. Und dann brauche ich... Ah, wie viele Hopper machen wir denn mal? Habe ich noch Holz? Holz, 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 ja. Auch noch einen. Einwut. 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 Tchim, 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 tchim. So. Ach, ich hatte doch keine Kisten genug. Naja. Naja. Scheiß drauf. Machen wir mal drei Hopper. Drei Meister proper Hopper. So, ich mach jetzt die Spitzacken, ne? Was? Mach jetzt die Spitzacken. Genau, mach doch mal bitte die Spitzacken. Willst du dann da schon Haze draufschieben? Ja, schon. Ist eigentlich am einfachsten. Genau, was hinter uns... Kannst ja Blöcke machen. Naja, und dann musst du... Oben einen Block hin und unten die normalen Redstone-Dinger. Und dann hast du vielleicht zehn gleichzeitig. Dann brauchst du nicht immer so... Durcheinander alles. Ja, ich weiß, ich kann das. Aber... Musst du mal hier... Musst du mal da... Hast du schon drauf gemacht, diese Kleider-Titus? Ja, hab ich. Warte mal, dann macht der Blöcke. Und halt, wenn du vorwärts fliegst, ist das. Oder allgemein fliegst. Ja, warte mal, das muss auch anders machen hier. Wie machen wir das am schlauesten? Und dann... So, und der macht Kohleböcker. Der macht... Er macht Kohleböcker. Der macht... Er macht Kohleböcker. Piepes Piepes fehlen mir, Piepes Zwei Piepes, wo haben wir sie, da? Zwei Piepes 2 Dias Kann ich die Spitzack machen Achso, ja, 2 Dias, 2 Goldblöcke, ne? Gold, da gab ich oben Achso, sobald die Aufnahme ist, dann quatsch du weniger, ne? Oh, ich hab doch gar keinen Bock, hab das zuletzt Muss ich auch nicht, oder? Manz'n Schwelltet Oh mein Gott! Die sind echt relativ schnell, und die ist sehr gut Die Dinger Nicht die Dinger Was ist die Dinger? Pellemann 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 Ach, hier kommen die Essenzen rein So, dann machst du Kohleblöcke, dankeschön Und Ach Dann fehlt da ja auch noch ein Eine Kiste Komm schon, nimm mal bitte weg, danke Ich weiß ja nicht, ob es gerade geleckt hat, aber sah so gerade aus Leck, leck Mh 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 Obwohl, du hättest gleich erst'n Hammer machen sollen War das selbste Ist leckt gerade Warum? Ich hab grad echt geleckt Die Teilnehmdinger waren fast voll Also fast fertig Zentus Ne, ich mach grad nix Hä, was ist denn los? Kack Kobold hier Kack Kobold hier Einen scheiß erfunden Mh Habe ich eigentlich kein Magnet an Das erklärt mir auch noch keiner Wenn ich den nicht mehr anhatte Kann ich das denn nämlich auch abreißen Mit der Cobblestone Nein, ich muss doch noch die heutige Folge Sourcebar gucken Oh, mein Gott Seh ich hier Man zippst Achso Freu mich denn sonst Kannst du ja einmal im Stream gemacht Ja, 24 Stunden streamen wir mal durch damit Das waren nur 16 Stunden hat er so so gezockt Wie lange hat er gemacht? 16 Stunden waren das glaube ich Hat er durchgezockt Ah Es ist nach 8 Ja und? Wen juckt's? Was ist? Toni gerade Der will mit dir doch spielen